Ja, servus, grüßen, hallo, hier ist euer Crypto Dennis mit einem Bitcoin-Update. Heute ist der 28.06.2021 und heute behandle ich, wie gesagt, den Bitcoin, dann ganz kurz den DXY und dann ganz, ganz kurz unseren möglichen ETH-Trade. Ja, wenn ihr schon das Video gesehen habt, dann wisst ihr, um was es geht. Wenn nicht, wird es hier jetzt nochmal eingeblendet, das Video von gestern, wo es ausschließlich um Ethereum geht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann bleibt einfach dran. Bis gleich. So, hier sind wir im 1-Stunden-Timeframe. Fangen wir da mal an, weil ich beim letzten Bitcoin-Video hier das Barish Shark gecallt hatte. Da habe ich das verglichen mit unserem ganz großen Barish Butterfly, da gehen wir später auch mal ganz kurz nochmal hin. Aber jetzt bleiben wir erstmal da. Ich sagte, gut, ein Shark ist das schlimmste harmonische Pattern, das ich persönlich kenne, ja. Weil er gerne das 1-2-7-2er oder das 1-6-1-8er anfährt, ja. Das heißt, er macht nicht nur kleine Korrekturen wie die anderen Patterns, hier zum Beispiel das 0-3-8-2er oder hier das 0-7-8-6er. Nein, er geht noch weiter runter, ja. Und das hat er hier gemacht, da ist sogar bis zum 1-7-8-6er runter. Da seht ihr, was so ein Shark-Pattern anrichten kann. So, und jetzt habe ich für euch ein neues harmonisches Pattern. Das hatte ich gestern auch in Telegram geschrieben. Ja, wenn nicht, wenn ihr nicht in der Telegram-Gruppe drin seid, unten in der Beschreibung findet ihr den Link. So, hier sind wir ein Stunden-Timeframe, ja. Ich habe auch schon das harmonische Pattern schon gewechselt, aber bleiben wir erstmal hier in weiß bei diesem Kanal. Da seht ihr, wie viele Punkte wir haben. Hier unten, da oben, dann wieder da oben, dann da unten, ja. Und ich habe das gestern im Telegram gepostet, dass wir hier ein mögliches Barish Bad bilden könnten, ja. Ja, das heißt, Punkt D wird angefahren, etwa in diesem Bereich da oben, ja. Das heißt, er hat jetzt noch ein bisschen Vorsicht, bis er da oben ist. Wie schnell das sein wird, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, dass er hier in diesem Bereich da oben hinkommen könnte, ja. Und dann, da das ja ein bärisches Pattern ist, gehe ich davon aus, dass es dann danach wieder runter geht. Und das würde auch zu dem passen, wovon ich ausgehe, dass wir dann irgendwann, ja, in naher Zukunft, ja, sage ich mal, nach unten ausbrechen. Nichtsdestotrotz ist die Möglichkeit auch da, dass wir nach oben ausbrechen. Das hört sich ein bisschen jetzt konfus an, ich weiß, ja, er sagt jetzt unten ausbrechen, aber oben. Klar, wenn ihr die letzten Videos verfolgt habt, wisst ihr, warum ich das gesagt hatte, ja. Ja, und das liegt an dem großen Bearish Butterfly, da kommen wir ganz kurz nochmal hin, aber bleiben wir hier erstmal beim Bearish Bet, ja. Und wie gesagt, hier ist die Möglichkeit, nach oben zu traden, wenn diese rote Linie hier, wo ich auch jetzt hier, wo ich auch das Preis-Label hatte, wenn das durchbrochen wird, ja. Dann hätten wir hier noch ein bisschen Zeit zum Hochtraden oder ein bisschen Luft zum Hochtraden und dann hier in diesem Bereich würde ich spätestens, aber schließen hier in dem grünen Balkenbereich, ja. Und ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, was wir in der Bullworth-Bass-Akademie gemacht haben, ja. Da laufen nämlich auch zwei Trades, da gab es zwei Setups. Einmal von Kevin im Bitcoin und einmal von meiner Wenigkeit in Ethereum. Bleiben wir jetzt erstmal bei Bitcoin. Ich zeige es euch mal kurz. Und zwar hat unser Kevin, ja, Kanal findet ihr unten bei mir in der Beschreibung drin, wenn ihr Interesse habt, ja, guckt euch das an, sehr gut. Hier hat er die Entries aufgebaut von 30.900 bis zu 29.900 in etwa. Jetzt gehen wir ganz kurz in den Chart nochmal zurück und ihr seht, dass hier alles abgeholt wurde, ja. Die Akademie ist im Moment im Schnitt, ja, mit etwa 15% etwa maximal und plus gewesen. Im Moment sind es noch etwa 13%, ja. Aber wir gehen natürlich früher rein und das ist natürlich eine Sache, wo die Akademie, ja, einen Vorteil hat, ja. Wenn ihr Interesse habt, kommt in den Telegram-Kanal rein, findet ihr unten in der Beschreibung, wie gesagt. Und schreibt Kevin oder mich an, ja. Nichtsdestotrotz, wenn wir hier drüber kommen, dann ist es auf jeden Fall eine kleine Long-Möglichkeit nach oben, ja. Das ist, bleibt, das ist außer Frage. Und, ähm, genau. Und dann fahren wir erstmal Punkt D an. Das wird etwa in diesem Bereich hier sein. Ja, schlag mich bitte nicht tot, wenn es nicht genau hier an den 40.500 ist. Aber ich gehe davon aus, dass es hier in diesem Bereich sein wird. Deswegen sollten wir auch nie gierig sein. So, jetzt habt ihr im Prinzip euer, ähm, euer Setup, ja. Wie gesagt, ich bin ja schon seit da unten drin. Ich werde hier natürlich dann wieder etwas vergrößern, wenn wir hier drüber kommen. Ja, Profite habe ich auch schon etwas, schon ein bisschen genommen. Aber hier sollten wir hier drüber kommen, ja, werde ich meine Position auf jeden Fall etwas vergrößern und werde dann hier auch hoch traden. Schauen wir uns ganz kurz nochmal das Bearish Butterfly in ganz groß an. So, hier haben wir das Bearish Butterfly, ja. Und wir haben das jetzt komplett schon ausgebildet, das Ganze. Und ich sagte euch, wo auch die längerfristigen Ziele sind. Wann diese angefahren werden, das kann ich euch natürlich nicht sagen, ja. Ich bin keine Glaskugel, ich kann euch nur Wahrscheinlichkeiten sagen. Aber ich gehe davon aus, dass wir mindestens das 0,3, ach, 2er sehen bei etwa 19.900. Sagen wir mal 20.000, um sich das besser zu merken, ja. Das ist das erste große Ziel von dieser Korrektur. Korrektur und das wäre noch eine normale Korrektur. Das nächste Ziel wären die 14.000 etwa. Dann haben wir hier das Golden Pocket etwa bei 10.000, sag ich mal, 9.600 bis 10.000. Und dann haben wir hier das, etwa die, beim 0786er Fibonacci, die 5.700 in etwa. Aber es kann auch bei diesem Pattern passieren. Und das Butterfly ist, ich sag mal, meiner Meinung nach nach dem Shark das nächste Pattern, wo ich sage, gut, da muss man auch aufpassen. Denn hier sind auch Bewegungen möglich, wo wir runtergehen, hier auf das 1, 2, 7, 2er oder sogar auf das 1, 6, 1, 8er. Wo ist hier irgendwas verrutscht? Da muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, da ist irgendwas verrutscht. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. Ja, jetzt passt es auch schon ein bisschen besser, das Ganze. Ich gucke ganz mal kurz, ob das auch hier alles so Richtigkeit hat. Ihr seht, das live. Genau. So. So stimmt's. Klammer. Lock rein. Da oben passt es auch. So. Jetzt, das sind die richtigen Level. Jetzt sind wir hier genau bei 20.300. So. Jetzt habt ihr die, ach, scheiß Hände. So. Jetzt habt ihr die langfristigen Ziele. Das sind wirklich signifikante Level, ja. Und ich gehe davon aus, dass wir diesen Bereich, wir brechen den 0, 2, 3, 3, 6er. Sorry, ganz kurz. Aber, das sage ich auch beim letzten Bitcoin-Video, es besteht noch die Möglichkeit, ja. Deswegen sage ich, es kann auch nach oben ausbrechen, um nochmal den Punkt D, ja. Den Punkt D nochmal zu bestätigen, ja. Ich habe euch beim letzten Video ja, beim letzten Video ja, ähm, ein Pattern gezeigt. Das war, das war ja das Shark. Genau, richtig. Das war das Shark, wo den Punkt D nochmal bestätigt hat. Er muss nicht genau da hochkommen zum ATH, zum All-Time-High. Er kann hier in diesen Bereich kommen, bevor es dann richtig runter geht, ja. Muss nicht, aber er kann. Das machen die Kryptowährungen gerne, ja. Und darauf muss man natürlich auch gefasst sein. Das ist nur mal vorweg. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die EMAs an, was die sagen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Ja, teilt es mit Bekannten und Freunden und abonniert den Kanal, wenn ihr den noch nicht abonniert habt. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, sodass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und hier habt ihr diese Telegram-Gruppen einfach reinjoinen. Ja, hier haben wir die Content-Only-Gruppe von mir. Und einmal hier der Krypto-Talk, ja, wenn wir uns dann austauschen können, ja. Ja, des Weiteren trade ich über Bybit und Femex. Wenn ihr mich weiter unterstützen wollt, dann registriert euch über diesen Links bei Bybit und Femex. Es gibt bis zu 1.710 Dollar Bonus. Die Registrierung dauert keine 30 Sekunden. So, hier sind wir bei den EMAs im Daily, ja. Und hier sagte ich, ja, beim letzten Video haben wir hier einen Death Cross, was sehr bearish ist, das Ganze. Ja, wenn man auch in die Vergangenheit guckt. Also, wie ihr seht, haben wir hier die 9er MA überwunden, ja. Aber im Moment stecken wir bei der MA21 fest. Ich persönlich denke, wie gesagt, deswegen der Long Trade auch, dass wir hier nochmal in diesen Bereich kommen. Ja, in diesen Bereich kommen, MA50 bzw. die MA, Entschuldigung, die EMA50 oder die EMA200, dass wir hier in diesen Bereich nochmal reinfallen. Und das wäre dann auch, lasse ich nochmal kurz zurück. 4 Stunden Timeframe. Das war das Falsche. Sorry. Das war ebenfalls Falsche. So, genau. So, das wäre genau diese Oberkante dieses Kanals, ja. Das würde also perfekt passen hier, dass wir hier nochmal abprallen. Da hat er es schon nicht geschafft. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch ein weiteres Mal nicht schaffen. Und wenn wir es doch schaffen sollten, dann wird er nochmal Punkt D, wie eben schon erwähnt, anfahren. Also da oben, ja, um das Barish Butterfly dann, wie gesagt, mit Punkt D-Nummer zu testen. Und den Ausbruch werde ich dann auf jeden Fall mit traden, ja. So mache ich meine Kohle. Und so könntet ihr auch eure Kohle machen, wenn ihr TA erlernen wollt. Wie gesagt, schreibt Kevin oder mich im Crypto Talk in Telegram an. Schauen wir uns das Ganze nochmal im Weekly an, im Weekly Timeframe. Und da seht ihr, dass die EMA50 ein sehr starker Support ist, muss man ganz klar sagen hier, hier in blau. So, nichtsdestotrotz kommt jetzt langsam aber sicher die MA9 mit voller Karacho hier runter. Und ich persönlich gehe dann davon aus, dass er dann dadurch runtergedrückt wird, ja. Also die Chance, meiner Meinung nach, ist etwas höher, dass wir gleich runtergehen, bevor wir doch nochmal die Idee antesten. Aber man sollte natürlich auf alles gefasst sein. Und jetzt will ich nochmal eine allgemeine Sache sagen, ja. Ja, es ist jetzt, viele schreiben mich an, ja, warum seid ihr so pessimistisch oder warum seid ihr so shortbärisch eingestellt. Die Leute, die den Kanal verfolgen, also meinen Kanal, auch den Kanal von Kevin, wissen, dass wir eher neutral sind. Wir sind Realisten, ja. So, und es kann nicht nur hochgehen. Das ist ja die Sache. Und natürlich können wir vollkommen falsch liegen. Wir können jetzt hier abstoßen und hier ab, hier zu den 100.000, klar. Aber wir haben jetzt so viel bärische Anzeichen, ja. Und die, ich sag mal, die anderen YouTuber, ich will die wirklich, normalerweise bin ich jetzt so ein Typ, wo die schlecht machen, also andere Leute. Aber hier muss ich die Trophie weisen. Ihr könnt euch das ruhig angucken, ja. Was ihr macht, ist eh egal. Aber das ist ja eure Sache. Aber wenn ihr euch das anguckt, bitte seid immer, guckt euch auch meine Videos, ja. Und acht die Videos von Kevin immer mit einer gewissen Skepsis an, ja. Er lernt selber TA, ja. Dass ihr wisst, von was wir auch reden. Und viele YouTuber sagen hier, 102, 103, ich habe sogar irgendwas mit einer halben Million heute schon wieder gehört, ja. Leute, das ist, also bevor hier die Million kommt, die halben Million kommt, werde ich Lottomillionär, ja. Ähm, das, das ist für mich unbegreiflich, dass Leute so auf deutschland verarscht werden. Das ist meine Meinung, ja. Ähm, mit einer halben Million dieses Jahr. Sorry, Leute. Sogar mit 300.000, 200.000. Das ist für mich verarschend. Das ist für mich verarschend. Soll tut man die Leid verarschend, ja. Ja, sorry, jetzt kommt wieder das bisschen pelzige raus. Ähm, wie gesagt, macht man euch schon ein eigenes Bild. Erlernt die TA selber, wenn ihr sie noch nicht erlernt habt, ja. Dann wisst ihr, dass das, dass das Schwachsinn ist. Ähm, und es kommen nicht mal richtige Argumente. Wir bringen euch die Argumente. Die müssen nicht richtig sein. Wie gesagt, es gibt kein 100%. Aber wir bringen euch wenigstens viele Beweise, warum es jetzt demnächst weiter eine Stufe tiefer geht. Und, äh, ja, das wollte ich euch nochmal mitgeben. Ähm, und jetzt leite ich mal über zum DXY. So, hier sind wir im 3-Target-Chart im DXY. Und viele, äh, wo meine Videos schon länger verfolgen, wissen, äh, springen es zwar nicht oft. Letzte Zeit ein bisschen öfters, weil es jetzt sehr spannend wird, das Ganze. Denn hier bilden wir einen, einen wahrscheinlichen doppelten Boden. Hier ist die Neckline, wird diese gebrochen und werden wir hier die 97,5 sehen. Also, der, es geht um den US-Dollar-Währungsindex. Sorry, habe ich vergessen zu sagen. Ähm, warum ist das so wichtig? In der Vergangenheit war das so, bricht der Dollar-Währungsindex ein, stiegen die Kryptowährungen. Da ist er angestiegen, fielen die Kryptowährungen. Jetzt könnt ihr euch natürlich ausrechnen, was passiert, wenn wir hier richtig lospumpen nach oben im DXY. Dann könnt ihr euch davon ausgehen, dass wir weitere Etagen runtergehen bei den Kryptowährungen, ja. Ich will euch keine Angst machen. Ich zeige es euch mit reiner TA, reiner technischen Analyse. Und dabei will ich es jetzt auch mal belassen, weil mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Kommen wir ganz kurz zu dem angekündigten Trade in Ethereum. Dauert nicht lang. So, hier sind wir bei Ethereum, ja. Und ich hoffe, ähm, ja, ihr seid hier in einem Trade drin. So, genau. Denn ich sagte, brechen wir das Descending Warning Wedge hier, werden wir auf jeden Fall hochpumpen. Und da haben wir hier ein Maximum von etwa 2.600 Dollar, ja. Das wisst ihr, das habe ich im gestern Video auch in etwa so gesagt. Und ja, es ist passiert. So, ähm, wer hier reingekommen ist, kann sich im Moment von etwa, also Maximum, wir sind jetzt etwa da oben, von 11,6% freuen. Glückwunsch an die, wo das mitgenommen haben, ja. Echt geile Sache. Und ich sage euch, ich habe noch, ich bin früher reingegangen. Das liegt natürlich daran, dass ich da eine andere TA betrieben habe, noch zusätzlich. Deswegen bin ich früher rein. Und hier meine Freunde aus der Akademie sind einige mitgegangen. Hier ist mein Call vom 26.06. Hier Entry 1077 und runter mit Hebel. Dann hier Stop Loss, dann möglichst Take Profits. Wobei, jeder selbst wissen muss, wann er natürlich Profite nimmt. Das ist natürlich klar. Das ist nur eine Empfehlung oder sowas, ja. Ich selber habe auch schon ein bisschen Profite genommen. Ein bisschen, ja. Und guckt, leider hat es jetzt nur, was ist leider, ist doch egal, weil es kommen immer wieder neue Trades. Es gab ein Entry, wurde abgeholt. Und, ja, und wir haben da im Moment knapp 18% gemacht. Glückwunsch an meine Schützlinge aus der Bulwur Space Akademie. Wir rocken das Ganze. So, wie gesagt, wenn ihr Interesse an der Akademie habt, ja, schreibt Kevin mich an. Da bekommt ihr mehr Informationen. So, das war es für heute. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ich wünsche euch alle super Profite. Und wir hören uns und sehen uns vielleicht morgen. Mal sehen, ob da bis dahin noch mehr passiert ist. Euer Crypto Dennis von der Bulwur Space Akademie. Ciao.